Von einem, der die Wirtschaft von oben steuert, nun zu einem Mann, der Teil ihres Rückgrats ist. Ein KMU-Unternehmer. Nachdem er jahrelang Lastwagen repariert hatte, wollte er nicht mehr länger angestellt sein und fand eine Nische als Unternehmer. Darin ist er so erfolgreich, dass er den Umsatz seiner Firma innert fünf Jahren verdoppelte. Der Beitrag von Thibur Hochreuthener. Neue Tische für das Informatikzimmer des Schulhauses Bürgli Nord in Walliseln. Die Zürcher Gemeinde bezieht seit Jahren alle Schulmöbel von Unternehmer Roland Zaug. Schön geworden, der Raum mit Lärmdämmenden, Deckelplatten. Wenn immer es möglich ist, ist Roland Zaug bei Auslieferungen mit dabei. Dies schaffe Nähe zum Kunden. Denn nur wer stets mit Schulen und Schulhäusern in Kontakt sei, könne in diesem Markt langfristig bestehen. Davon ist Roland Zaug überzeugt. Und natürlich müssen die Möbel einiges aushalten. Eines der wichtigsten Kriterien ist die Langlebigkeit. Der Schuleinsatz ist ein relativ harten Einsatz. Und die Möbel müssen Jahrzehnte dauern. Das heisst, die Anforderung an die Konstruktion, an die Materialien, die man verwenden, ist sehr hoch. Produziert wird hier in Tavann im Berner Jura. Bei der Herstellung verwendet Cäsar hauptsächlich Rohmaterialien aus der Schweiz. Weil der Markt für Schulmöbel nur ein beschränktes Wachstum zulässt, möchte Cäsar ein neues Kundensegment erschliessen. In den letzten fünf Jahren haben wir das Know-how, das wir im Bildungsbereich hatten, mit hochverstellbaren Elementen, mit einstellbaren Elementen, Arbeitsplatzanalysen usw., haben wir das Know-how nachher in der Industrie einzusetzen und dort gezielt ergonomische Arbeitsplätze entwickeln. Größter Abnehmer für die Möbel aus Tavann ist neben den Schulhäusern die Uhrenindustrie. Die 20 belieferten Uhrenhersteller machen bereits ein Drittel des Umsatzes von Cäsar aus. Dank eines neuen Roboters, der eigentlich für die Autoindustrie entwickelt wurde, konnte Roland Zaug zudem die Produktionskosten senken. Personal musste er dank Expansion keines entlassen. Roland Zaug übernahm die Firma vor fünf Jahren. Zuvor saß der gelernte Lastwagenmechaniker in der Geschäftsleitung eines 600-Mann-Unternehmens. Dass er einmal Chef sein wird, war für Roland Zaug logisch, denn das Unternehmertum steckt ihm im Blut. Ich war im Kombinär leer, habe ich schon beim Onkel von mir als Mechaniker geschafft und dort Verantwortung übernommen, die Sachen reviviert. Und für mich ist das auch als Angestellte immer selbstverständlich gewesen, dass man so agiert, wie wenn das Geschäft zu eigener wäre. Diese Philosophie vermittelt er auch seinen Aussendienstmitarbeitern. Diesen Bereich hat er aufgestockt. An der wöchentlichen Besprechung stimmt er sie auf einen anstehenden Messeauftritt ein. Aufmerksam sein, auf die Leute zugehen. Das bisher Erreichte ist Roland Zaug nicht genug. Die 30-Mann-Firma soll weiter wachsen. Den Bereich Industrie-Mobiliar will man noch weiterentwickeln. Im Bereich Schulmobiliar sind wir auf Kurs. Dort haben wir einen schönen Marktanteil. Wir sind stark in den Informatik-Mobiliarlösungen. Wir sind stark im klassischen Schulmobiliarlösungen. Dort ist der Fokus sicher auf eine gute Marktbearbeitung. In den letzten fünf Jahren hat sich der Umsatz auf 6 Mio. Fr. verdoppelt. Die Produktion wird gerade um die Hälfte vergrössert. Schulmesse Didacta in Basel. Für die Branche die wichtigste Präsentationsplattform. Cäsar stellt jährlich rund 15'000 Stühle und halb so viele Tische her. Verkauft wird rund je zur Hälfte in die Deutschschweiz und die Romandie. Was hier beim Stapel ist, wir haben einen völlig vertikalen Stapel. Wenn er expandiert, konzentriert sich Roland Zaug auf stark wachsende und lukrative Nischen. Dazu gehört etwa der Markt für Kinderkrippenmöbel. Zielgruppe von selbst hergestellten Möbeln sind auch Hochschulen, besonders im Informatikbereich. Ein Tisch in diesem Segment kostet bis zu 4000 Franken. Für die Zukunft ist Roland Zaug optimistisch. Wir wollen das Wachstum von 10% mindestens im Jahr halten. Um das zu erreichen, fahren wir im Schulbereich weiter mit Innovation. Zusätzlich möchten wir in neue Märkte vordringen, wie z.B. die Pharmabranche, die Medizinalbranche, die wir aus der Uhrenindustrie optimal einsetzen können, um kundenspezifische Lösungen zu realisieren. Die Schweiz ist als Absatzmarkt begrenzt. Die logische Konsequenz für Roland Zaug ist daher der Schritt ins Ausland. Bereits in drei Monaten stellt er erstmals an einer Schulmesse in Dubai aus.